ja gib gib so wo rennt die jetzt hin rum der horde warum muss warum kannst du es nicht hier machen warum muss ich jetzt auf diesen fucking schleim wie der kampf kein ton hatte der ganze ton noch einmal weg ist was ist da los was denn da passiert ja auch da war der ganze ton ach da hat sich schon abgeholzt eins brauchen wir noch oh diese quest ist irgendwie nervig na komm ihr aufpassen troll die elfen sind überall ich euch vertraue lasst mich nicht sterben lalala die quest ist langweilig und nervig da geht doch so kann ich hier was von gebrauchen nein nur das für das geld dass er fünf natürliche öle von den faulen schleim sammelt okay wir nur eine quest komm her komm her ich kann mich nicht heilen äh also die kürzen entfluren düm 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 alle damage ist echt schon nice geworden muss ich ja mal äh da hinzufügen ah da hab ich grad lex so natürliches öl na komm na kann komm schleimig alter der damage ich bekomme pro level 10 mana auch nicht durch items das ist ja als verstärker jetzt richtig krank k r a n k k r a n k k r a n k scharf krank ist das ein rahmord ne ist scharf kralle denn einfach 3 star gibt ep kann man damage genießen hier alle das wird ja immer besser oh leck doch ey ja wow 1,27 k k k klaue von scharf kralle aber hat doch was gebracht ihn zu töten ist denn nani donnerherz ach da müssen wir auch noch hin wir werden ja wieder durch das ganze gebiet hier geschickt du siehst mich nicht du siehst mich nicht na komm so schneller gehen was ist denn hier was ist das denn kann man da rein schade bam bam oh ey die dropraten sind ja auch mal hamme hamme mäßig oh ein rahmob von von der horde kämpft gegen einen gegner von allianz oh ich brauche schleimis also die also das öl wenn aus jedem einen drop bei einer droppen würde wäre ja schön das wäre schön tut es aber nicht aber egal wir sind vielleicht level 21 vor den kick ins gesicht gekriegt ich brauche öl 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 wusstet ihr das öl auf dänisch bier heißt bei den dänisch öl bier ja ich war nämlich lange zeit oder bin lange zeit nach dänemark in den urlaub gefahren mache ich aber jetzt mittlerweile auch nicht mehr so die leck doch leck doch leck doch leck 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 nächste mob bringt mir das level ab ich halte mich aber ab ne brauche ich nicht komm no risk no fun und so ich werde sowieso nicht sterben aber ich sag jetzt einfach mal so just for fun oh warum habe ich denn so lecks fucking patch level ab level ab so können wir jetzt die quest abgeben das finde ich jetzt aber irgendwie doof man muss jetzt wirklich ewig lange warten bis man dann mal für seinen level ab seine auch seine wohlverdiente belohnung erhält weil man kriegt ja jetzt eigentlich quasi gar nichts mehr kein talent punkt und fertigkeiten auch eher selten weil die schon meistens in den talentbäumen drin stecken das finde ich doof man hat weniger dieses erfolgserlebnis auf jeden Fall des level ups ich glaube ich werde nach der aufnahme erstmal die offene unterbrechen war jetzt nur so eine kurze aufnahme session aber dann werde ich mal über nacht das hier durch patchen damit ich keine probleme mehr beim aufnehmen und keine lecks mehr ab ohne welche mal diese quest annehmen wobei nein doch und dann sehen wir uns im nächsten part von let's play what if or craft von mir dem magic doom bis denn Leute ciao